Welche Stage? Die ist egal Verlieren tust du so oder so Ja eben Alter wie episch das einfach auf dem Fernseher aussieht Benden Einfach mal voll den Arschkrieg verpasst Arsch und Ditten Philipp 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 Fangen die hier vorbei Was denn Mara? Nicht so rumschreien ich höre dich dann doppelt Was tut mir allein Mara? Also mit der Sturmfreiheit ne das gibt gar nichts Verdammt wir haben nach 22 Uhr ich muss schreien Ich muss STILL sein Lass nochmal kämpfen Lass nochmal kämpfen Was ist? Lass nochmal kämpfen Morgen ist Feiertag da haben die alle länger wach zu bleiben Das ist mir schrecklich egal Hol mir ist doch kein Feiertag Doch morgen ist kein Feiertag Ist doch echt alles zu? Ja Echt? Ja Oh Scheiße ich hab vergessen ein Zug kaufen Ja Na Philipp 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 Mh nein Alter dein scheiß ernst jetzt sind wir nicht mehr in derselben Lobby Marco was machst du gerade? Ich lade hier ein Warte Da So jetzt musst du annehmen Ihr stinkt Alle Alle Mann Aber du stinkst am meisten Ich will aber nicht immer gegen dich Ich will nicht Was soll jetzt endlich mal questen? Immer zusammen Ich gegeneinander Immer miteinander Ich bin eigentlich scheiße erl aber ich will questen Was? Was hast du gesagt? Du Dings haben nie gesagt Weiß ich Auch Das ist mir das fäfste Charaktere Widel war Ich glaub damit zieh ich dich jetzt mal ab Das ist doch ein kleiner Stinkelmuffin Das war nicht wahr Mara ist eine kleine Stinkelmuffin Was? Das ist ein Son Goku Das ist ein Son Goku Ich weiß nicht mal welche Stufe das von dem ist Warte Ich mach heute Party Mach du heute Party? Na Ich mach heute Party Du auch? Biddle, ich mach heute Party Mach du heute Party? Keine Party nein Hol doch eine LAN-Party Warum? Oh Ja Wenn man einfach weggeflogen wird Mein Gott, der kann viel Sollte das nur der Special von mir bleiben lassen Die hat das Special? Ja Was denn für eine Flüchten? Flüchten? Ne, Gerechtigkeitskombination Aber dafür muss die dich direkt Instant treffen Mit den Kick Sonst hat dann nämlich gar keine Wirkung Bo So gemeint ist das Spiel No, hopp! Blöde Widel, ey, zunächst zu gebrauchen Das nächste Mal nehm ich den Fall Na komm lass mal ein bisschen quästen Jo Okay Okay Hat einer von euch auch äh Dragon Ball? Äh, nein Und du Marvin? Ne Warum nicht? Wann lass dich nicht leuten? Die sind zu cool für Dragon Ball Du kostest doch nur 50€ aufs Team Ach, was sollen sie auf Kinguin gehen? Das nur so wenig Ja Ich verteile Das lohnt sich für das Spiel eigentlich gar nicht Weil's Naja, ist Also an sich ist es toll Die Umsetzung beim Spiel ist kacke Hast du ein Team gemacht? Warte Du musst erst ein Team machen Sag ich nochmal ein Team, ich blöd Du musst zu der, du musst zu der Schlampe hier Ahoja, da Stimmt Team Registrierung Ich glaub ich bin nicht auf dem Server Ein, ja, zwei Spieler Besten Duschlampe Was? Ich will auch eine Duschlampe haben Mach deine Duschlampe Ne, ist denn eine Duschlampe? Achso Ich bin jetzt Mit Tim unten im anderen Channel Den du ja nicht magst, Macher Nur so Dass ich mich einfach gehe Und? Zu spät, schon verkackt Okay, tut mir leid Na, das ist So Jetzt ist es aber da Gut Hallo Mara Hi Wollen wir gleich ein bisschen GTA spielen? Nein Nein? Wollen wir gleich offline? Weiß ich noch nicht Ähm Komm lass mal ein bisschen Broly klatschen So wärst du eins Und noch quatschen Okay Okay Quatschen, quatschen, quatschen Quatschen, quatschen Quatschen, quatschen Hörst du ein Problem oder was? Du warst noch nicht fertig mitreden Oh Muffin, nee, jetzt Bleib einfach weg, ne? So langsam reicht es Ist in Ordnung Ist in Ordnung Puck mit der Hand, Muffin Oh, mit der Hand Okay, mach ich, mach ich User left your channel Ich bin weg Ihr habt Probleme Das ist ja fast so schlimm wie der Osterase Ich bin ja Osterase Das ist ja wohl Hörst du, nee Räum auf hier grade ein bisschen Er kommt bestimmt nicht wieder Ha 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 Und du hast doch so klatschen dem von Links nach rechts Links rechts Oben, unten mit das fühlt sich doch mit mittlerweile garantiert wie so ein Tennisball und gleich kriegt er erstmal mein Final Flash up was der wagt es sich nicht wegzudrängen Philipp ja trefft Affen wenn ich mich mit seinem Bruder vertragen würde weil keine Ahnung ich mag ihn nicht könnt ihr mich ich mag den Bruder von Machen nicht das hat er nicht der ist 14 nein er ist 12 12 oh sorry ah ok wenn ich jetzt auch 9 wäre würdest du mich dann auch nicht mögen nein es hat einfach nicht damit zu tun dass er erst 12 ist sondern dass er einfach überhaupt keinen Respekt gegenüber älteren hat so typische Generation dann würdest du meinen jüngeren Bruder auch nicht mögen der ist genauso drauf Lars ist sowieso grundsätzlich ich habe ihn gerade gemacht ganz alleine ich war es ich sitze am Fenster ah gebüter Doppel-XP komm lass mal eben die Nacht durchsucht Mission habe ich noch nicht den krieg ich kein XP ich habe noch nicht alle Zeitsplitter äh fertig achso das ist aber nicht nett wenn du nichts kriegst ja das ist bei dem ganz normal mal irgendeine ja aber dann ne hohe ja irgendeine hohe mach halt Builds oder so oder schau mal schau mal wo es die Zeitsplitter gibt vielleicht kann ich dir ein Multiplayer jeder mal geht der auch online ne mal gucken was da los ist guck dann mal in welche Zeitsplitter du schon hast äh warte ich habe 1, 2 und 5 3 und 4 fähren mir noch 5 fähren mir noch 4 ist hier gut Rückkehr ist Genio kommandos alles kleine Stinker weißt du bist ein kleiner Schinker? nein du hm ich habe einen Neapok Fee gemacht hm warum weißt du das Mara? äh mein Geld gepetzt Wer hat gepetzt? Franky. Wer hat da? Den du abwischend an den Kopf wirft. Achso, Franky. Danke, ja. Franky, warum petzt du, dass ich stinke, du Arschlo? Mal duschen. Hab ich nix von gesehen. Weiß. Woll ich mich jetzt filmen, wenn ich duschen gehe, oder? Natürlich, und ab auf YouTube damit, damit es auch ein Video Beweis hat. Okay. Wird's afka duschen. Okay. Das ist für so ne billig... Mich nimmst... Ich nimm dies. Für so ne billig mich nimmst du Gogeta mit, ne? Was machst du denn? Dein Selbst... Ja, ja. War auch noch mehr verlangweilig. Brüdo hab ich gerade mit meinen Händenplatte gemacht. Boah, fast zeitgleich. Wo bist du? Hinter dir. Da. Philipp, wenn du gleich online kommst, solltest du spawnst immer noch in die Dämoner? Äh, ich muss das erst umstellen. Ich müsste am spawn spawnen, weil ich halt gestern... Spawn 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 spawn. Na doch, da am spawn spawn, dann hol ich dich am spawn spawn ab. Ne, das meinte ich nicht. Der eine ist meiner ultimativen Attacke ausgewichen. Oh. Warte ist gerade der hundertfachen Big Bang entkommen. Was Big Bang? Big Bang dich auch gleich. Guck ne Runde Dragon Ball, dann weißt du wovon er redet. Und. Knatter. Ne. Jetzt gab's wieder wohin? Oh ne, da kam ja noch einer. Stimmt. Jetzt kommt Genio als Song Loco. Danach kommt Freezer. Wenn ich nicht erinnere. Ja. Haaa. halt immer ein bisschen hin was soll ich dir denn hinhalten das weißt du ganz genau dein körper vielleicht du hast die alte was nur c jetzt immer noch kalt warum hab ich den c bekommen ganz einfach weil du so gut wie gar nicht drauf der hat meine big bang abgekriegt das ist sehr klar oder deswegen hatte der nur noch so wenig leben aber wir sind auch aus den dings geflogen äh guck mal wie die fb auf mein togekajan hast du denn zwei splitter vier bekommen ja so jetzt fehlt nur noch drei ne ja ja genau so sieht aus sag mal bist du onkels fan findest du die bösen onkels mara ja natürlich magst du die hör nicht so die musik warum wer wollte es wissen wie viele brauche ich denn fünf ne ja also vier gefällt drei da war drei und jetzt nehme ich auch golden freezer dann haben wir die sache schnell hinter uns äh ich weiß nicht ob ich gogeta oder san goku god nimm san goku god hast du es warp kamehamehameha und dann verfehlst du nee warp kamehameha hast du nur mit dem super saiyajin got was für ein kamehameha mit dem blauen haaren ja das ist der super saiyajin got super saiyajin got super saiyajin so aber den habe ich ja nicht ich habe ja keinen dlc achso ja stimmt egal machen wir trotzdem so was danach machen wir eben hier pro li und co damit schon ab ok die dame wüsstet gerne wovon wir reden ja genau wie gesagt guck ne runde dragon boy dann weißt du es nee meiner den mach ich kalt Prozent hat gemacht und muss man kalt kalt in der schnellste und schlagen die Welt klatscht das war wenn ich mit dem Pinball hier spiel und Baumalter in Kombi und jetzt special von guten Frieder dann war's für den was das überlebt er ja jetzt eigentlich unmöglich der Döller Philipp die Geyer an alle auf mann Tuch will wer ist alle ja die FBI hat die vorliegenden damit mein Tuchel Verkauf wo ist das Stressportal unter uns soweit? äh ja warte im Key laden fang schonmal mit Piccolo an ne? ja ja mach mal wenn ich dazukommen habe ich volles Key dann ist der eh schnell platt d n h vormalt haben sie da einfach klatschen k kaum kriegt er noch eine kugel und noch eine kugel ja nice hat ein paar kugeln gefressen glaube ich das war wo man hat kein Respekt vor seinem Vater ganz zack verprügeln war der blöde bald ein kleines Arschloch zack 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 der Fläscher wie ein Maschinen und man das ist der einzige von Gohan der mir fehlt der Zukunft von Gohan mit zwei Armen flieg schon mal vor ich lade aber verdammt ich wollte noch Key laden kannst du das? ja krass ist gut hengst wow der ist auch schnell platt es ist voll kalt er ist kalt ich kalt ich vorbeikomme und ich wärme ja bitte ich kann dir heiße Dinge anbieten keine will ich nicht wie du willst keinen heißen Tee, warme Decke, ok will mich ich mein es gibt auch kalte, finstere Dinge wie Satan in Person allerdings seine Hölle soll sehr warm sein ich bin aber nicht so auf Hölle ne, bist du lieber das Engelchen normal, so mit Heiligenschein und so ja, genau wie gerade du, ne? ja, normal also ich habe ich soll dich anketten? das hast du gesagt ja, du hast, du hast nicht nein gesagt ne? da wollen wir gleich mal klarstellen ich mein, ich hab das kleinste Problem damit eh, jemanden dann zu ketten oh Gott, oh Gott, was ne Kombo, was ne Kombo was? was? hm, beste Kombo, alter pew 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 das war mehr als ne pew 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 erst kam pew 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 und dann kam BAM voll auf die Fresse nochmal? ja ok aber dieses mal doppelt Bettchen was für ein Bettchen? vorbei einfach mal WG hat's das fickt, ey das ist aber mega so geil du willst Key laden? ok ich hab, guck mal was ich bisher an der Energie verloren hab nichts ja, wir haben beide ungefähr gleich verloren flug mal das hier er hat geblockt ja, ist egal ja, und ich, und ich krieg seine Superattacke ab, ist klar hier kriegst du meine ab er hat auch ne Kamehameha hinterher nice super oder, äh, normal ja, super Hamehameha geil bei mir satt das so ein übertrieben nice aus, wenn du deine Superattacke da gemacht hast ich mit meiner Specialty hinterher also ich höre die Bord hat mich so gefüttert oh mein Gott, der hat mich gefüttert oh mein Gott, der hat mich gefüttert platz das kommt doch, äh, Vegeto ja ja halte ich den auch direkt frei ok ach so, du machst direkt auf die harte Tour ja, ja ja, klar, direkt hier ja, normales im Hintergrund folgt die Genki-Dama das war jetzt ein geiles Bild, alter weißt du, der verwandelt sich in Super Saiyan im Hintergrund direkt die Genki-Dama kann mal richtig oh Gott, das ist ein Double Kill dreifach Kill drei am Tag nur auf einmal die Kamehameha hinterher, ja nein, Puff 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 klatsch, klatsch, klatsch ich steh mir auf Puff Puff? bist du ganz viel, wenn ich bei dir bin ok ich frage, ist das deine Freundin? oh dann kann sie ja meine Freundin werden ich bin einsam und allein ah, das denkst aber nur du ja, wenn's dich schon anbietet, kann man ja mal fragen muss man aber nicht wie geil so das sieht jetzt aus ich hab S bekommen ich hab gar nix bekommen loser nur den Zeitsplitter ja, dann gut warte, dann muss ich mal ganz kurz zu meinen äh, Parallel-Quest äh, Parallel-Quest und lad ich dich ein ok mein Gipsch-Party? ich kann nicht, du musst egal immer halt die mit Broly jetzt hab ich sie ja oder erst mit Bardock ja Roch-Party du bist in Bardock Roch-Farkey Party da ist die Broly nicht da ist die mit Bardock wir sieh hier Bardock ne das muss endlich ein anderer, das ist kein Problem Erst Broly, dann Bardock? Ja, erst Bardock, dann Broly. Nee, Broly ist nicht mit dabei. Da stand doch Defeat Broly. Ach, ist egal. Einfach draufklacken. Wen nimmst du? Freezer. Nee, Freezer. Können wir überlegen, ob wir Super 17 nehmen. Die Prima Ballerina vom Game. Die würdest du echt nehmen? Hä? Würdest du echt die Prima Ballerina des Spiels nehmen? Ja, natürlich. Ich bin noch eine Prima Ballerina. Glaube ich dir. Siehste? Ich besiege Broly. Ja, ich nehm Nappa. Ach, ist egal. Du wolltest Nappa. Ach, geil. Nappa erinnert mich immer an Napo. Ich mein, wenn's nach Original-Story gehen würde, wäre Raditz ein bisschen flach weg, aber okay. Na komm. Der läuft vor mir weg, sonst wäre der schon lange plack gewesen. Ach, da kommt Trunks und Goten. Äh. Doch, Goten. Goten. Nehme Trunks. Guck mal, der haut mir auf das Maul. Putz auf die Fresse. Das war's mit Goten. Das war's mit Trunks. Nein, nein. Nö. Nö. Das haut ihr mir hier den Kill. Hatte ich auch gemacht. Nächster Gegner. Bootings. Den haben wir doch quasi gerade schon besiegt. Und tot. Ne, noch nicht ganz. Aber Philipp und ich klatschen gerade zu zweit auf Eindruck. Ich glaub mir meine Big Bang, Alter. Wille, wann würdest du online kommen? Äh, nach dem Ding hier, dann komm ich jetzt. Das Ding. Das dauert mich mal lang. Alles klar. Ja. Du hast mich zerschnitten, Arsch. Geil, jetzt. Zerschieß ich dich. Boah, das ist so unrealistisch, dass Gohan äh die Super KMH von Kogeta abwenden kann. Ich auch. Also Trunks ist plott. Weiß, ich hab grad so n äh so ne Vater-Sohn-KMH-Scheiß abbekommen. dafür kriegt der jetzt die hundertfache Big Bang ab fuck, weggelor that was impossible Vegeta, Goku wen nimmst du? Vegeta, natürlich ich sag schon mal Vegeta was? er blockt die Big Bang, ist klar nur die stärkste anpacken gesamten Dragonball-Universum, aber er blockt sie einfach mit Lings ihr geht kacken, Junge kriegst du sie jetzt ab? not bad, sagt er wie geht er weg? und was für den? er geht es ab, hat nochmal nachgeklatscht guck mal, er weicht schon wieder aus das haben wir nicht so nett das das habe ich ihm halt den kielgisten Cloud, ey das ist schon wieder der komm, wir machen wir nochmal blöd oh, immer diese Schwuchtel, ey unrealistisch 28er Trefferquote, dank dir dabei war das doch nur die normale Big Bang hätt ich gerne gesehen mit der 100-Fahrtung guck mal, ja, wiederholen, wenn ich genug hab ja, ich muss erstmal Key kriegen so, jetzt könnten wir dieses wiederholen warte, erstmal ein bisschen klatschen, damit der keine Verteidigung hat sag, wenn du ready bist ich bin ready, ich muss nur drücken ja, dann drück ich hau einmal den Dienststrahl durch zack, über dort es ist ja schon wegen der Big Bang gestorben dort ach, wer wartet denn da? ein Schwächling im wahrsten Sinne des Wortes wenn ich so komme ja, Badok, Badok, macht man muss sich nur mit den Augen zwingen können eigentlich tschüss, Badok guck mal, wie der am Fliegen ist ok, jetzt wird's krass, alter ich nehme Badok noch eben auseinander ausgerechnet oh ja, ok, das war's dann wohl mit Badok obwohl, nee, Badok, Badok klatschig noch eben und dann gehe ich auf Goku mit der 100-fachen obwohl, nee, er ist auf Gohan boah, ey, ey, weicht einfach aus du hast von Goku aber getroffen aber nicht schlecht, alter ja ja, hm oh, das fackt mich so ab dass die normale Big Bang so ewig zum Laden braucht, ne ich glaub, das fackt jeden ab hallo, Goku, kannst du mal gehen, alter doch mal er fokust mich nicht ich hab dort das ist von Gohan und von Gohan das ist jetzt dort sein, ja, das war's mit von Gohan dann ist das jetzt gewesen mit Son Goku das ist schon mal Keeper, ey, jetzt kommt Broly der wird richtig Hardcore ok, ich will attack you tschüss Broly boah, alter ja, die beiden Antakten jetzt gerade erzählen ja, der ist wieder durch das Portal andere Frage, wo ist das scheiß Portal? da hinten oder gibt's hier noch ein anderes? ne, ist nur das hier jawohl, ne, hier ist er nicht ja, dann muss es wohl noch ein Portal geben ah, doch, da unten auf dem Planeten von dem oder so ne, da wo der Broly's Rückkehr spielt hast du denn noch genug Key für die Big Bang? ne, noch nicht dafür muss er mich noch ein bisschen klatschen oder ich ihn doch, wenn du genug hast jetzt oh maaaaan hat nicht von Anfang an geklappt relativ guck mal, weil wir den abgezogen haben das war's und tschüss der da runtergefallen ist, ne? ich bekomm nur Blasterknall hab ich bekommen F-Level ja, mach erstmal aus und zock nochmal in GTA naja das war's ja ja das war's das war's ja das war's